Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein etwas anderes Video, denn heute wird mal nicht in diesem Video gesprochen, außer jetzt gerade und am Ende des Videos. Aber ansonsten nicht, denn heute zeige ich euch einen Auge-Make-Up-Look und zwar mit der Huda Beauty Desert Dusk Palette. Die habe ich mir vor kurzem bestellt und ich fand die Farben sehr schön im Internet. Und ja, heute werde ich einen Look damit schminken und ich hoffe, das Video gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachmachen. Und dann lehne ich mich zurück und lass den Mann den ersten Schritt. Mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinn, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Und der Hintern kauft mir viele schöne Sachen Und dann lädt er mich zum Essen ein Klar lass ich mich auch ganz ohne Kohle küssen Wenn er meint, das muss so sein, sag ich nicht dann Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin Dass ich ein Mädchen bin Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin Keine Widerrede, Mann, will ich ja sowieso gewinnen Weil ich ein Mädchen bin Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin 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 Weil ich ein Nach dem Essen nehmen wir Kaffee beim Trinken Und der Schweiß steht ihm im Gesicht Ob's der größte, der ist am längsten Cut von allen Heute Nacht doch wirklich etwas, der verspricht mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin Weil ich ein Mädchen bin Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin Weil ich ein Mädchen bin Keine Widerrede, Mann, will ich ja sowieso gewin çok Weil ich ein Mädchen bin 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 So Leute, das war's jetzt mit dem Video Ich hoffe, der Look gefällt euch Ich bin wirklich sehr zufrieden Das ist auch meine erste Eyeshadow Palette Also meine richtige Eyeshadow Palette Und ja, das heißt, ich konnte mich mal so richtig austoben Weil es mehrere Farben gibt Bisschen von Nude und Glitzer und Glamour Und das ist so geil einfach Und ich finde, das ist wirklich eine sehr schöne Palette Und mir gefällt das auch sehr gut Und dafür, dass ich das wirklich nie mache Finde ich, dass mir das auch sehr gut gelungen ist Ich weiß nicht, was sagt ihr, vielleicht kommt mir das auch nur so vor Ich weiß es gar nicht Aber ich finde es eigentlich Ja, ich finde es wirklich schön Mir gefällt das sehr gut Ja, I like it Wenn ihr mehr solcher Looks sehen wollt Dass ich mal vielleicht ein Augen-Make-up schminke Ein anderes Vielleicht auch mit einer anderen Palette Oder generell anderen Farben Dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben Damit ich auch Bescheid weiß Und ihr könnt mir ja ansonsten so Video-Ideen Einfach in die Kommentare schreiben Was ihr gerne sehen wollt Vielleicht war das ja jetzt auch voll der Fail Für euch und denkt so Okay, nein, nein, ihr lasst es Könnt ja nämlich sein Aber ich dachte schon mal, komm, ich mache es mal einfach Vielleicht gefällt es euch ja Und ich würde sagen Ich wünsche euch einen schönen Samstag Und wir sehen uns zum nächsten Video Tschüss